Jetzt ist alles okay. Ich hoffe, du hast dich weit genug reingesteckt. Ja. Bist du weit genug rein. Gummeln! Das brennt ab. Da ist eine riesen Wunderkerze. da das brennen das war das Detail das kann mir das am glühen so mal gehen das war bei dem Tod von einem Grad wir sind es auch, jetzt kannst du es machen ich würde sagen, wenn ich es machen würde ich bin ich will mich nicht so gut wie das aussieht was ist das für Klotz geht aus wie so ein Kelch guck mal das ist daneben getropft das sieht aus wie Metall ich will einfach nennst mal nehmen wir noch ein Liter Wasser mit und ein bisschen mehr Wind das sieht aus wie ein ich komme immer schon gleich auf die